Weil ich den Tick habe, überall Kreuze zu machen. Egal wo ein Feld ist, Kreuz. Hey Henny, wen hast du gewählt? SPD? Unter anderem. Leute, ich habe schon seit meiner Schulzeit diesen Tick. Ehrlich. Kennt ihr noch diese Liebesbriefe mit Ja, Nein, Vielleicht? Als ich den bekommen habe, ich habe alles eingekreuzt. Das hat dem Mädchen sogar gefallen. Oh mein Gott, Henny ist so geheimnisvoll. Nein, ich bin einfach der Typ aus der Serie Monk. Und ich verstehe immer noch nicht, warum Frauen so sehr auf geheimnisvolle Männer stehen. Ich verstehe es nicht. Ladies, das Geheimnisvolle ist nie was Gutes. Oder habt ihr jemals einen Mann kennengelernt, der gesagt hat, ich muss dir ein Geheimnis beichten. Ich bin Millionär. Was, das ist okay für dich? Endlich, endlich habe ich jemanden gefunden, der meine Kreditkarten will. Nee, passiert. Mein Geheimnis, Leute, ist mein Kreuzetik. Und dieser Kreuzetik wurde mir auch mal richtig zum Verhängnis. Habt ihr eine Ahnung, wie teuer meine Versicherung ist? Dieses Formular hat mich vernichtet. Bitte kreuzen Sie Ihre Vorerkrankung an. Vielen Dank. Vielen Dank.